Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute, Leute, sind wir auch noch hier mit am Start mit NoHind und Leverschreib. Vielleicht kennt ihr einen von den beiden. Servus, Leute, und ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem, wie schon gesagt, Projekt KTVs in Menschen. Ähm, das Ganze war jetzt von mir heute relativ ganz spontan mit Eroxar zusammen organisiert. Neu dazu gekommen ist hier, dieser Dude, verschreib das auf jeden Fall mal. Ja, ich muss keine Anmut nehmen. Ich mach keine Anmut, ich hol mir lieber das Dorf. Halt die Fresse, ich... Das ist so typisch. Ich bin ertrunken im Öl. Heul halt. Die haben auf jeden Fall schon eine Walzmaschine im Gegensatz zu den Noobs, die haben keine Walzmaschine. Ja, halt die Fresse. Ähm. Bestimm ich jetzt hier, oder was, bei uns? Nee, ich kenn jetzt wieder zu euch hin. Innerung, the NoHind. Ja. Äh. So als kleinen Tipp, guck mal, nach vorne. Hä? Ich hab ne Holzschwelle, eine Holzschiene, ein Abstimmgerät, eine... Oh, nice. Eine so geile Brille, die du nicht... Jo, er will gleich Stress. Ich sage mal, ähm, dass wir zu dem, ähm, Baum gehen. Ähm. Genau, da wird sich jetzt auch jeder einfach irgendwie so... Alter. Jungs. Geh mein Stuff mal wieder. Und mal gucken, was wir dort hier finden werden. Ich hab, glaub, noch gar nichts Difficulty umgesetzt. Wir müssen unbedingt uns noch ne... Procrest 10%, aber Leute, wenn ich dieses Holz abbaue, wird der ganze Baum auseinanderfallen. Und ich werde alle Items bekommen, Leute, das wird so krass. Aber das dauert mir hier zu lange. Ne, ich glaub, ich hol mir jetzt erstmal ne bessere... Junge, ich bin gerade am Holz abbauen. Und die anderen sind am Rage, Jo, läuft. Nee, er haut mich die ganze Zeit, er haue, Alter. Ja, er haut mich, ich kann so sein. Ja. Was machst du jetzt? Na, look, ihr Brei. Ja, ich würd' sagen, lass mal den Baum bitte stehen, D-Ruxa. Hm? Am besten, lass mal den Baum irgendwie stehen. Möck, ihr Brei. Was tust du eigentlich? Ihr Brei. Berox, was tust du? Was tust du da? Tja. Brei. Also Leute, wir holen jetzt auf jeden Fall uns ne bessere Spitzhacke, ähm, ne bessere Spitzhacke, Jo. Komm an, hier die Baumstämme wieder hin. Oder hast du die nicht mehr? Ne, hab ich nicht mehr. Egal, dann lass den Baum einfach mal stehen. Nehmen wir hier so als Mittelpunkt, okay? Und außerdem baut ihr euch dann einfach so einen Baum. Ja, genau, und der Doof ist hier den besten Platz. Ja, ich seh mir jetzt auch einfach so. Ich hab einen Gummibaum. Ah, die Jungs, ich hab einen Gummibaum. Ich hab einen Spawner gefunden, ich hab einen Spawner gefunden. So klein. Ich glaub's mal. Und, ähm, Leute, wie ihr mich kennt, ähm, was der Noehin sagt mit dem Baum stehen lassen, das werden wir natürlich nicht berücksichtigen. Und wir werden natürlich den ganzen Baum hier jetzt abhacken. Ne, hab ich ja. Und das müssten wir ziemlich schnell jetzt tun, bevor der kommt. Ey, was kann man mit Koppa machen? Ne, hab ich ja. Ich will das rennen. Ne, hab ich ja. Mögt ihr Brei? No. 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 Okay, Leute, wir lassen den Baum lieber stehen. Ich hab damit schlechte Erfahrungen. Wir waren bei 99%. Ich bau den gleich ab. Ne, Jungs, lass den echt gut stehen. Warum? Ich bau den gleich ab. Weil das hier so unser Dorfmittelpunkt sein soll. Ja, aber... Willst du aber nicht sein, wenn ich vielleicht... Noehin, hör auf, ich bin fast tot. Ja, dann lass den Baum stehen. Okay. Ne, halt, ne, mhm. Darüber lässt sich diskutieren. Wir töten jetzt erst mal ein paar Hühnchen, ne? Ähm, und dann hacken wir halt andere... Kannst du mal ein Essen für mich? Wenn der Noehin zu asozial ist. Sorry, dude. So. Und ihr seht schon, der ganze Baum ist weg. Boom. Ähm. Ja, wir gehen... Oh, da hinten ist eine Wüste. Der ist nicht gewagt, Alter. Der ist das ganze Projekt auch erst mal an alle Euro-Abonnenten. Das wird bis kein so ein Projekt, so wie ein Megaprojekt oder so. Das ist so... Es wird viel besser einfach. ...weil es bestimmte Regeln gibt oder sowas, oder Aufnahmeregelungen. Das Ganze wird so sein, dass als YouTuber man hier, ähm, einmal die Woche mindestens ein Video hochladen sollte. Wäre einfach geschickt, wenn es geht. Wenn es mal eine Woche nicht geht, ist es ja kein Stress oder sowas. Das Ganze soll auch einfach für Live-Dreams hauptsächlich noch dazu da sein. Ähm, ich werde auf jeden Fall... Ähm, ich werde auf jeden Fall ziemlich viel damit streamen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wie sieht es bei euch da aus? Ich kann nicht streamen. Ich kann streamen und das werde ich auch tun. An meine Leute, sorry bei mir. Ich werde zwar mit im Stream von den anderen sein. Ich hoffe, das reicht für euch. Aber wir... Aber selber streamen kann ich leider nicht, Leute. Ähm, das liegt einfach an meinem Internet. Das geht einfach nicht. Ich habe es heute ausprobiert. Es ging einfach nicht. So. Genau. Hä, warum baut es jetzt so lange, ähm, um bauten abzubauen? Da baut es dann gleich den ganzen ab. Ja, genau, es baut den ganzen. Ah, das ist ja geil. Okay, Leute, ihr seht hier, die Modifikation wusste ich gar nicht. Aber es geht bei... Ja, okay. Ey, Koppa ist ja gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Kann man ja schon. Und, ähm, Leute, wir haben jetzt 64 Holz und 11. Läuft bei uns auf jeden Fall. Ähm, wie ich bin dafür, dass wir uns jetzt noch ein bisschen, ähm, gekürt und drohen. Also ein bisschen... Ding. So. Ey, kann mir jemand irgendwie Essen geben? Ja, du bist so eine Missgeburt. Und jetzt sollten wir rennen, Leute. Ähm, auf jeden Fall. Du bist so hässlich. Ach, wie unnötig. Man, ich wollte den Baum echt behalten. Und der Baum ist jetzt auf jeden Fall Rift, ne? Nicht mal, jetzt bau dir wenigstens das Ganze ab. Kann ich nicht. Doch. Das ist deine Aufgabe, Veroxar, den Baum ganz abzubauen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier weg. Ähm, denn wir haben... Das glättern voll dir! Als ob! Ja, richtig voll für mich. Ja, Veroxar, das wird jetzt wirklich deine Aufgabe sein, ja? Ähm, ne. Einfach? Ne. Ich glaub schon. Hey. Da läuft noch Rift um mir. Ein Kopfhallen geht's, ne? Wissst du, was das Problem ist? Was? Hab ich gleich sterbe. Bitte. Sehr, sehr bitte. Oh mein Gott, ich hab's getötet, ich hab jetzt voll Amor. Ich hab bis latin, die Gütes hab ich. So. Ja, Leute, wie gesagt, das Ganze ist... Es gibt keine richtige Aufnahmeregelung. Ähm, das heißt einfach, ein Video in der Woche oder so wird auf jeden Fall mindestens kommen bei jedem YouTuber. Ähm, es kann sein, dass wir hin und wieder mal ein paar Leute aus den Livestreams mit reinziehen, aber es wird wahrscheinlich höchst selten vorkommen, dass sich irgendjemand auf die Whitelist setzt, ähm, alleine nur schon deswegen mal wie nur vier Satz haben und das Ganze vielleicht, ähm, irgendjemand von uns, einen Kollegen mit reinzieht oder sowas. Ähm, ja. Davon abgesehen, bei mir wird auf jeden Fall Sonntagabend auf wahrscheinlich... Oh mein Gott, gut laut mir, dass jemand sagt. ...Listream kommen. Warum? Was? Mein Spawner abbaut 20 von den Tieren, die da halt... Ein halbes und ich werde gleich erschossen, weil ich hab halt keine... Psychola, was? Weil das meine war, oder? War das deine? Ähm, die Hälfte war meine eigentlich. So, ja, dann gäbe ich's. Egal. Wie viele Mobs sind hier denn? Was? Oh mein Gott. Ich hab gemobbt von den Mobs. Oh, der Jog war nice. Okay, läuft. Man kann den Ofen einstellen, wie man möchte. Nein, doch. Okay, Leute. Ey, hat jemand Essen für mich, Alter? Das nervt grad richtig. Ja, ich hab Essen, aber ich muss jetzt leider wieder weg, ne? Alles klar. Wir bauen jetzt ein... Ich werde euch alle zerstören. Pass auf, Alter. Ich werde erst ein Eck, das hier in diesem ganzen Projekt. Wir gehen jetzt mal auf, äh, elf, Leute. Ich seh gleich. Ich werde jetzt schon dir erst fahren. Oh, Kopro ist richtig praktisch, Alter. Okay, was haben wir hier? Wir haben Zertus Quartz, okay. Daraus kannst du P-Gags machen. Wirklich? Ja, die sind genauso wie Eisen. Wir haben weniger Dürbill. Okay, nice. Dann nehm ich die auch mal mit. Oh, was löscht ich. Hier gibt's ein nice Feature. Man kann seine Items löschen. Äh, wie? Ne, doch nicht. Man kann sie nur dahin liegen. Nein, leg's hier rein. Und dann leg was drauf. Und dann ist es weg. Achso. Und jetzt kann ich da was drauflegen. Und dann... Ah, geil. Geil. Nice Feature, auf jeden Fall. Ähm... Ich hab ein Stopp-Shit. Boah, ich hab ein Stopp-Shit, ja. Bier Stück sogar. Also, Leute... Oh, Stopp-Shit. Ähm... Ihr könnt auf jeden Fall eure Sachen... Ähm... Also, was ihr von Projekt haltet... In den Kommentaren schreiben. Ähm... Ich find das Kommentar... Ähm, Kommentar. Ja, genau. Wahrscheinlich Kommentar. Ich find das Projekt ziemlich nice. Ähm... Kann ich mir da... Scheiße, ey. Ne, ich kann mir keine Rüstung machen. Aber Spitzhacke. Ja. Gut, dann mach ich mir jetzt eine... Kann man denn bitte mit... Die um Schatz machen? Dafür tun wir die Items zu. Genau. Wir haben auch schon die Items. Genau, Leute. Und... Ja. Wir fahren jetzt erstmal Dears. Und ich hatte... Ultralange Bock auf so ein... Oh, leu. Was ist das hier? Emery. Leu, was ist das denn? Emery. Wir gucken grad mal, was es macht. Ich kann nicht suchen. Ich glaub ja, alle hatten einfach schon... Megabock auf so ein Projekt. Ich weiß nicht, wie es verspielt ging. Aber... Verspielt, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich verspielt. Ups, sorry. Vielleicht bin ich so ein Rage-Kid, alter. Ah, hier. Jucka, dieses Scheiß-Creeper hier, Mann. Suchen wir mal Emery. Was kann man daraus machen? Ich brauch so dringend Food, Jungs. Ist das nicht mehr lustig. Kann man damit Sachen schmilzen? Hier ist ne Rail. Hat jemand schon ne Lok oder so ne Wagen oder so? Ne, eigentlich nicht. Auch kein Waggon oder so? Hier, Kupfer. Kupfer. Gott, schon wieder ein Creeper. Kupfer. Was kann man aus Kupfer machen? Oh! Oh, Kupferrüstung, alter, geil! Er für Details, okay. Ein Häufel, woher... Okay, ähm, ich glaub, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Kupfer. Leute. Das wird jetzt unser Ziel erstmal sein, so ne Kupferrüstung zu kriegen. Okay, irgendjemand schreibt mir mal wieder. Ey, der Zombie hat ein Dias-Schwert. Der ist voll Dias, der andere. Hey, als Opfer, was sind denn für... Ich bin tot. Lol. Was sind die... Ja, ich hab kein Essen, alter. Ich fahr' mir ins Essen und dann such' ich mal einen... ...Sorgen mit. Okay, Leute, ich hoffe, es wird jetzt nichts arg zu langweilig für euch. Ähm, aber eigentlich... Junge, ich muss jetzt euch euren Spawn-Punkte-Makers setzen gleich. Setz meinen mal bei... ...Ruhig-Gestorgen. Schau mal, ich... ...gar nichts, ich... Ich raste gleich aus, alter, der Baum muss wirklich komplett weg. Wir spawnen die ganze Zeit, Mops. Das ist richtig heftig. Oder ich leuchte ihn einfach kurz aus. Ist hier Luggage? Ähm, wir müssen uns noch ein paar Fackel machen. Mal gucken, ob das hier auch mit diesem Emery geht. Nee, geht anscheinend nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Emery scheint ein bisschen unnötig zu sein. Oh mein Gott, babe. Ey, ich hab' gedacht, du... ...Mähox war, oder wie? Ey, lass's doch mal! Lefa schreibt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Kohle, Leute. Was macht denn dieses... ...Tetra... ...Ohhh, schon wieder geschrieben? Eee, T-T-R-E-T-R-E-T-R-E. T-T-T-R-E-T-R-E-T-R-E. Eee, T-R-E-T-R-E-T-R. Was kann man damit anstellen? Oh. Werde einfach gekickt? Hä? mehr von mir nicht ich kann üblich nur üblich bei der Verhältnisse sie schon eine Aufnahme dass ich die Ereignisse haben ihr drei seit die fleißen ja junge babys gelände alter seit wann gibt es diese erfindung leute bei uns ist alles ziemlich chillig läuft auf jeden fall ich mach jetzt mal ein bisschen heutzutage jetzt mal mein spawnpoint bitte ey wer hat voll dir denn zornig ähm ok was das macht jetzt von dir abstimmengerät was kann man mit einem abstimmengerät machen abstimmung server ach so warte kurz ihr verschreibt es tut mir leid ich muss ich jetzt schnell zu mir einfach reputieren nein 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 jetzt nicht jetzt nicht warte warte kurz warte kurz ok läuft auf jeden fall bei dir gerade ey chill das ist mein ey gib den helm das ist nur labsalm ähm ok das war jetzt ein bisschen wieder chillig ja bleib jetzt mal schnell hier ja warte mach hier oben mein spawnpoint na hier bin ich mal da unten in dieser ich hab mich noch mal noch mal kannst du dir mal essen geben mein ganzes essen liegt in dem ölsee oder kannst das nochmal rausholen ist egal ich habe hier schon skelette am start oh mein gott was ist das das muss ich glaube leute das ist gut das heißt das heißt ja doch und alte man kann daraus rüstung machen spät er sei darf ich meine aufnahme jetzt schon beenden ja okay das was ja von der ersten folge minecraft minecraft für die wissen menschen die wisse menschen wollte ich sagen wir kraften uns jetzt hier noch diese spitzhacke und jetzt haben wir uns die spitzhacke kraftet und mit dieser spitzhacke verabschiede ich auch mich von dieser folge kann heute nicht so lange aufnehmen deswegen so leute aber auf jeden fall geht es dann wieder weiter beim nächsten mal hier unten in unserer höhle und wir werden auf jeden fall weiter suchen nach dir und ja ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden fall ein like und ein abo da wenn ihr doch wenn ihr lust und ja haut rein und tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.